Haha, sehr witzig. Ja, das fand ich ja auch. Klaus, Manni. Ja? Weißt du was? Du kommst die ganze Zeit zu spät. Ja, das wirst du ja schon. Ja, und dann, Manni, die kommt von da. Die geht auch von da. Kommt doch mal. Völlig unprofessionell. So kann ich mich arbeiten. Was ist denn jetzt los? Was? Ich glaube, ich habe einen Krampf. Ja, wo denn? Ja, in der rechten Hand, du Idiot. Sieht echt blöd aus. Ich hoffe, Manni, bitte, helfen wir doch. Wieso? Mir geht's doch gut. Wollt ihr bitte? Ja, dann dreh dich mal auf. Oh, von hinten sitzt auch nicht der Sohn. Umdreh, hab ich gesagt. Also, bei, bei. Achtung, fertig. Aua. Sag mal, bist du verrückt? Voll ins Genick. Du, das macht nichts. Ich kenne guten Gynäkologen. Ha, sehr witzig. Ja, das war die auch. Also, komm jetzt. Wieso, wohin denn? Wir müssen uns doch jetzt umziehen für die nächste Nummer. Kann das nicht mal jemand anders für uns machen? Und? Außer uns beiden ist doch niemand da. Hä? Wie, äh, ja und, äh. Und der? Der zählt doch nicht. Ach so. Und außerdem hat er alle Hände voll zum Tun. Ja, also bis gleich. Dann komm jetzt. Quäuer. Weißt 1,2 t-3 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 t-3. Make-3 t-3 t-4 t-3 t-3. Hände voll, task 1,6 t-3 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 t-3, t-3 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 t-4 t-3 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 t-3.